Ja, wir steigen ein mit den digitalen Welten 2015 und zwar mit einem, der Sie ganz gut verfolgt hat, weil er als Pionier seit Anfang dabei ist. Das ist Wolfgang Macht. Er ist CEO oder Geschäftsführer der Netzpiloten, kommt auch gerade auf die Bühne. Herzlich willkommen. Tag. Netzpiloten kann man sagen, ist eine Traditionsmarke im Netz. Gibt es seit 1995, also unglaubliche 20 Jahre. Wer sie nicht kennen sollte, wurde mal genannt der Fremdenführer im Netzdschungel. Heute könnte man sagen, so eine Art Scout, Trüffelschwein, um gute Sachen auszugraben, zum Beispiel Linktipps oder Webtipps zu Themen wie Social Media, Technik und Lifestyle. Wir haben uns vorab über den Titel unterhalten, der lautete Digitale Welt 2015. Da haben Sie gesagt, tut mir leid, das geht nicht. Digitale Welt im Singular können wir nicht nehmen. Wir müssen den Plural nehmen. Digitale Welten. Warum eigentlich? Na gut, das wissen wir tatsächlich sehr genau, weil wir angefangen haben praktisch, als es ausschließlich um Websites ging, so Mitte der 90er Jahre, also um sehr langsame Websites, sehr schlanke Websites. Und wir da damals versucht haben, im Grunde Touren durchs Netz zu veranstalten, den Leuten das Netz beizubringen, zu einem Zeitpunkt, wo sie sich nicht auskannten. Und über die Zeit, also das ist sicherlich dann auch so ein bisschen die Rolle, die ich als Unternehmer natürlich erlebt habe, hat sich das natürlich ständig gewandelt. Also auch unser Angebot, diesen digitalen Wandel begleiten zu wollen, den Leuten zu helfen zu wollen, hat sich natürlich ständig in neue Bereiche erweitert. Also angefangen von den Websites, dann jetzt sind wir in tatsächlich sehr vielen Netzen unterwegs, also alles, was im Social-Media-Bereich passiert, was jetzt auf den verschiedenen Gerätschaften passiert. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr von so einer Mitte sprechen, auf die wir uns vereinigen können. Und vor allem, das ist sicher auch für uns das Problem als Beobachter oder Teilhaber, wir können auch jetzt nicht mehr einfach generalisieren, das alles so betrachten. Also dass wir sagen können, okay, wir kennen uns genauso gut aus, auch als Netzpiloten im Internet, was das Web anbelangt, also wir sehen, was da los ist, als dass wir uns genauso gut auskennen würden bei YouTube oder im Social-Media oder in diesen ganzen neuen Sachen, die jetzt gerade auftauchen. Da muss man sich, glaube ich, auch wirklich vor Augen führen, das hat sich extrem ausgeweitet und ist sehr komplex geworden. Und man braucht mittlerweile auch Leute, die da wirklich Experten in diesen einzelnen Kanälen sind und nicht mehr einfach generalisieren sagen können. Also Netzexperte gibt es eigentlich gar nicht, weil eigentlich müsste man Experte sein nur für die Video-Welt oder nur für die Social-Media-Welt oder was auch immer. Also für mich persönlich kann ich das sagen. Ich habe sehr schnell lernen müssen, dass ich zum Beispiel durch diese Sozialisierung im World Wide Web, also eine sehr, damals ja auch sehr textorientierten Oberfläche, sich also durch diese Seiten zu navigieren, dass ich tatsächlich so sozialisiert bin. Ich bin sehr textorientiert, weswegen zum Beispiel YouTube lange Zeit an mir vorbeigegangen ist. Das war für mich nicht besonders wichtig. Und nun wissen wir heute natürlich, dass vor allem die jüngere Generation sich auf Websites gar nicht mehr bewegt, direkt zu YouTube geht oder es eh über andere Kanäle, über Chats und Instant-Message sich miteinander austauschen. Sie haben ein schönes Beispiel mitgebracht für eine dieser Welten, die es gibt. Und zwar, jetzt funktioniert es gerade nicht. Eine davor noch, genau. Die hier. Das ist das Social-Media-Prisma. Also eine, das ist eigentlich eine Art, naja, Wolke, die einfach was genau zeigt? Die im Grunde versucht, es zu bändigen. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie das kennen. Ich bin jetzt, das ist nicht neu grundsätzlich, das gibt es seit 2008, wird das regelmäßig gemacht, kommt ursprünglich aus Amerika. Es gibt in Deutschland eine Agentur, die das im Grunde für den deutschen Markt adaptiert. Also wir können das natürlich nicht im Einzelnen besprechen. Ich habe es Ihnen mitgebracht, falls Sie es nicht kennen, als Inspiration. Ich gucke auf sowas immer wieder mal. Würde mal jetzt so aus dem Stand raus sagen, dass ich bestimmt so 80 bis 90 Prozent dieser hier gelisteten Dienste auch einen Login habe, mir das zu irgendeinem Zeitpunkt mal angeguckt habe und mehr oder weniger nutze. Und es muss einem auch klar sein, dass das ist praktisch jetzt auf einen Markt zugeschnitten. Das heißt, das Gleiche haben wir natürlich für China, für Indien. Dort existieren für all diese Dienste, die hier gelistet sind, entsprechende Äquivalente mit genauso vielen Mitgliedern. Also wir hier von Facebook reden und wissen, ich weiß nicht, oder von WhatsApp, wo jetzt 800 Millionen mitmachen, haben wir in China. Ich weiß nicht, da ist WeChat, glaube ich, das Größte. Das sind auch 500, 400, 500 Millionen. Also wir haben es natürlich mit einer absoluten Fülle zu tun. Und die habe ich jetzt ja praktisch als Unternehmer ausschließlich eigentlich über eine sehr starke wirtschaftliche Motivation kennengelernt. Also, dass wir sowohl diese einzelnen Channels sich inhaltlich entwickeln, was jetzt Wikis sind, was E-Commerce ist, was Social Media ist. Das sind jetzt die ganz neuen Sachen, da vorhin viel hier hat Herr Vollmers genannt, das Neue jetzt mit YouNow, wo wir wissen, da gibt es jetzt schon drei, vier weitere dazu. Da gibt es jetzt Periscope noch dazu, da gibt es mehr Cat, kämpft sich gerade durch. Also wo dann plötzlich ganz neue Genres entstehen, die aus meiner Sicht jedenfalls natürlich wirtschaftlich wirklich sehr stark orchestriert sofort auf den Markt kommen. Und wenn Sie sich Unternehmensgeschichten angucken, jetzt sowas wie Twitter zum Beispiel, wo klar ist, jede kleine Studentengruppe, die im Silicon Valley irgendwas macht, wird sofort abgeholt, in der Regel von dem Prof selber schon und wird in den entsprechenden Marktentwicklungen eigentlich ein weltweites Produkt innerhalb von wenigen Monaten aufgestellt. Und mit dieser Übermacht hat man es natürlich zu tun. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie Sie an diesem Ende teilnehmen können, also wie Sie mit den Unternehmen, die Sie ja dazu sicher nicht einladen, irgendwas zu regulieren oder mitzudenken, sondern die ja, gerade wenn Sie aus Amerika kommen, in der Regel sehr aggressiv vorgehen, sehr den Markt besetzen und eigentlich warten, wenn was passiert, wenn sich jemand entgegenstellt, klar, reagieren Sie, aber Sie würden es ja nicht im Vorhinein tun. Also Sie würden ja nicht jetzt eine Institution einladen, um das Produkt zu kreieren und eventuell sich bremsen zu lassen, auch in dem, was Sie wollen. Das ist so, wie es jetzt ist. Sie haben noch was anderes mitgebracht, was sehr schön zeigt, wo wir herkommen. Also einmal hier ein Student im Jahr 1980 und einmal ein Student im Jahr 2010. Das Erste, was mir aufgefallen ist, 1980, es ist noch kabelgebunden. Also der Herr hat noch irgendwie einen Kopfhörer auf. Also das könnte sein, zum Beispiel die Lehrer, die noch seit 80er Jahren studiert haben, haben diese Mediensozialisation erlebt. Genau. Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn ich jetzt vorher für das Prisma vorher, wo ich sagen würde, okay, das wäre die unternehmerische Seite, da sehe ich, auch als Unternehmer sehe ich, wie das eigentlich nur nach vorne geht, wie Sachen in den Markt gepresst werden. Da hat man eigentlich keine Chance. Das heißt, man muss ja dann mit, was auch immer man kongenial da begleiten will, in regulierender oder erzieherischer Form, dann eigentlich beim Konsumenten machen, also beim Anwender. Und da haben wir natürlich ganz stark die Thematik. Das hier ist ein Projekt aus Hamburg, eine Projektwerft, die seit einigen Jahren das immer wieder machen, dass sie so Prototypen sehr anschaulich darstellen in ihrer jeweiligen Mediennutzungssituation. Und wenn wir jetzt genauso gerade, das wäre ein gutes Beispiel. Jemand, der in den 80er Jahren Student war, ist praktisch aufgewachsen, letztlich ohne Internet, ganz klar. Das war alles noch nicht da. Das Festnetz war dominierend. Ein bisschen Computer, ein bisschen Spiele. Und wenn der heute jetzt vielleicht sein Lehrer ist irgendwo, ist der natürlich konfrontiert mit einer Generation, die wir uns vielleicht auf dem anderen Bild angucken können. In 2010 oder in 2010? Genau, eins noch weiter, weil die sind dann, das sind ja dann praktisch die... Das sind die, die noch kommen, ne? Genau. Ja, aber da haben wir, genau, wo wir jetzt die Fülle von Anwendungen haben und im Grunde da natürlich auch sicher eine Generationsthematik ist. Inwieweit man damit aufgewachsen ist und inwieweit man das, was vorhin auch ein Begriff war, praktisch native erlernt hat und wie Kinder halt eine Fremdsprache auch schnell lernen, mit diesen Sachen schnell umgehen können. Also finde ich eine ganz gute Visualisierung oder Versuch einer Visualisierung, mit dieser Vielzahl, mit dieser Fülle auch umzugehen. Und würde für heute auch sagen, dass wir jetzt im Moment in einem Zustand sind, wo wir, glaube ich, die größten möglichen Anwendungen haben. Also wir haben, es ist ja kaum was weggefallen. Also die große Angst, dass das Internet, das Fernsehen schluckt oder die Bücher weg sind oder die Tageszeitungen verschwinden, ist ja im En gros noch nicht passiert. In Ansätzen muss man da, kann man da sicher differenzieren. Das heißt, wir machen heute, alle machen alles und wir haben unterschiedlichste Nutzergruppen, die von, was weiß ich, großer Umarmung, die nur das Digitale nutzen, bis hin zu denen, die sagen, das Digitale, E-Mails, Computer ist für mich Business, das mache ich nur im Berufszusammenhang und privat bin ich eigentlich auf den klassischen Medien. Ist im Moment alles vertreten und ich würde sagen, daher kommt auch ein bisschen der Stress. Ja, man sieht, es wird auch einfach immer wahnsinnig voller. Also es wird immer mehr, alles bleibt und es kommt mehr hinzu. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgucken, so einen Blick zurückwerfen, wo das alles herkommt. Also Sie haben ja in den 90er Jahren zum Beispiel als Journalist auch gearbeitet. Genau. Und damals war diese große Frage irgendwie, dieses ominöse Ding, dieses Internet, wird das jemals etwas werden? Genau. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, weil Sie jetzt auch die Entwicklung verfolgen können? Ja gut, ich habe es natürlich als eine absolute Aufbruchsstimmung erlebt, also dass was ganz Neues kam und dass natürlich alle, die daran beteiligt waren, also sowohl die Hardware, die also Computer entwickelt haben oder Gerätschaften, als auch die Software, als auch die Telcos, die die Leitungen zur Verfügung stellen. Also alle haben praktisch panisch versucht, irgendwie da ihr Land zu gewinnen und ihre Visionen umzusetzen. Und wie gesagt, für mich war das sehr unternehmerisch getrieben. Die erste Welle an Internetgründern waren, komischerweise, waren alle sofort darauf aus, Unternehmen zu gründen. Also es war bei uns nicht anders. Wir haben sehr schnell international, wollten international sein, hatten Büros in Mailand, in Paris, in San Francisco. Das heißt, wir waren ganz schnell auf diesem Schnellzug und haben eigentlich, wie bei einer industriellen Revolution, im Grunde auf die Katalysatoren geguckt. Also welche Triebkräfte brauchen wir, auf welche müssen wir setzen? Und das war damals natürlich zum einen sicher so etwas wie die Bandbreiten ein großes Thema. Dann die Kosten. Da konnte man sich in den 90ern noch nicht vorstellen, dass man always on ist, weil es einfach wahnsinnig teuer war, weil die Telekom nach Minuten das Internet bezahlen ließ. Das heißt also, aber man als Unternehmer oder als Macher war man natürlich immer so in der Überlegung, okay, was wäre wenn? Also wenn die Bandbreite groß ist, was würden die Leute dann machen? Wie würden sie mit Bildern umgehen, mit Filmen umgehen? Und das war im Grunde unsere Triebfeder. Und die andere Linie, würde ich sagen, ist natürlich sind die Gerätschaften. Also wenn man, was ich jetzt tatsächlich in den 90ern als Journalist auch hatte, wo die große Diskussion war, kommt der Personal Computer, der gerade erst mal so sich etabliert hat, kommt der irgendwie in die Wohnung? Also und in welcher Form? Kommt der als Gerät ins Arbeitszimmer? Kommt der irgendwie ins Wohnzimmer? Wird er anders aussehen? Wird der Fernseher vielleicht eher sich aufrüsten und wird multimedial werden? Beide Wege wurden verfolgt. Also beide haben sich angestrengt. Löwe, Sony haben die Multimedia-Fernseher gebaut und die Computerindustrie hat versucht, den Personal Computer in die Wohnung zu kriegen. Und letztlich hat es, der iMac hat es dann richtig geschafft. Der war dann schön und hatte Bonbonfarben und durfte praktisch mit ins Wohnzimmer. Und letztlich, also und das waren für uns große Titel, haben wir darüber diskutiert. Wer gewinnt? Gewinnt das Fernsehen oder gewinnt der Computer im Home-Entertainment? Und aus heutiger Sicht würde man sagen, gewonnen hat das Tablet oder das Smartphone im Grunde. Und das ist im Grunde, also wenn man sich die Entwicklung anguckt, wie also die Gerätschaft Computer beispielsweise immer näher an uns rankommt und wie es heute eigentlich in der Hosentasche ist. Genau. Und eigentlich immer dabei ist. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Stadium, das wir alle, denke ich mal, noch ziemlich unterschätzen. Also dass wir jetzt praktisch eine Situation haben, wo alle dieses Gerät bei sich haben. Und das fangen wir jetzt ja gerade an zu erweitern mit Uhren, mit Brillen und so weiter. Das Ding ist dann in der Tasche. Aber das haben wir natürlich zum ersten Mal, dass wirklich jeder erreichbar ist mit Angeboten, mit Kommunikation, was sich vorher so langsam rangekrochen hat im Grunde. Also wenn man so nochmal nachzeichnet, die Boom-Phase am Anfang, dann ist das so langsam so eingesickert und eigentlich immer näher an uns herangekommen, ist jetzt immer da. In welchem Stadium sind wir denn jetzt gerade? Also ich nehme es wahr, als ein sehr gestresstes Stadium. Also das, was Sie meinten mit emotionalem Teil, begegnet mir immer in allen Diskussionen, wo ich merke, die Leute sind gestresst von dieser Überzahl, von diesen ständigen Triggern, die ja positiv wie negativ kommen. Also ob ich jetzt die Apple-Werbung mir angucke und die toll finde und das Gefühl habe, okay, ich muss dieses neue Gerät mitkaufen oder ob mich meine Freunde ausgrenzen, weil ich nicht bei Facebook bin und Einladung nicht mehr mitkriege. Also wir kriegen ja von allen Seiten, kriegen wir irgendwas angepiekst, was mit diesen virtuellen Welten zu tun hat. Pubertäres Stadion, wenn wir gedisst werden von unseren Freunden, weil wir die Facebook-Einladung nicht mitbekommen, gestresst sein, das klingt so danach. Ja, und das ist so, also von daher würde ich schon sagen, da beneide ich im Moment auch niemand, auch die Eltern nicht, sich da irgendwie da durchzuwuseln und dann, was es nicht, natürlich ist es ein Aufschrei, wenn man dann hört, Gott, jetzt machen die, jetzt machen die YouNow. Das sind Sachen, die man jetzt nicht kennt. Wie guckt man da rein? Wie macht man sich damit vertraut? Kommen Sie nur noch mit, also ich meine, das ist ja Ihr Job und Sie sind Medienschaffender, Sie bewerten auch Produkte, also sind ja auch so eine einordnende Figur, aber da immer informiert zu bleiben. Stresst Sie das? Ja, das stresst Sie, ja, ja. Also ich kann mich erinnern, das Letzte war eigentlich, war tatsächlich WhatsApp, als das kam, da habe ich so einen kurzen Moment gewartet, okay, muss ich mir das angucken? Ist das wichtig? Und dann gucke ich es natürlich tatsächlich unternehmerisch oder aus einer Macherperspektive, so wie ich jetzt auch Sachen wie Snapchat oder so angucke und sage, ja, das sind journalistische Formate geworden mittlerweile, die sind spannend, die finden ist mir auch toll. Wir wollen natürlich damit was machen. Also ich gucke das jetzt nicht als Elternteil oder als Erzieher, aber den Sachen hinterherzurennen und praktisch eigentlich da keine Ruhe zu finden und auch kein Ende abzusehen, weil eigentlich immer wieder eine Überraschung gut ist, die uns wieder völlig umkrempelt oder völlige neue Nutzungsformen findet. Die ist schon da, ja. Ja, da gehen wir jetzt nochmal hin, nämlich zu dem, was wir gerade eben gesehen haben. Jetzt wird es nochmal ein bisschen stressiger, weil natürlich immer mehr hinzukommt, das sehen Sie in den Wolken. Also wenn wir mal auf hier Lukas gucken, der Student im Jahre 2020. Das Erste, was mir dir auffällt, der hat schon gar keinen Laptop mehr unterm Arm, sondern hat hier seine schicke Brille und wahrscheinlich seine Smartwatch. Das heißt, der Trend geht hin zu Internet of Things, also dass wir eben nicht mehr unbedingt ein Gerät, ein Computer haben, um es im Netz zu sein, sondern die Dinge uns damit auch verbinden. Genau, das ist sicher ein sehr großer Trend. Grundsätzlich also jetzt auch zu diesen Zeichnungen, also die ausführlich zu erklären dauert tatsächlich recht lange. Da sind die Kollegen, die das machen, auch sehr gerne bereit. Ich kann das in Teilen nur tun. Aber und ist dann immer die Frage, auch was man glaubt natürlich. Je weiter wir in die Zukunft gucken, klar, wir merken jetzt der Trend zu den Gerätschaften an uns. Also was wir gerade besprochen haben, ist sehr deutlich, inwieweit es nach vorne geht, dass man sagt, okay, wir kommen irgendwann zu Biosensoren und da glaube ich, würden wir alles ein bisschen in den Kopf wiegen. Andererseits, wenn wir in die Medizin gucken, was dort bereits passiert mit Medikationen, mit Implantaten, also auch für, was auch ich, Insulinpumpen und alles Mögliche, wird das schon sehr deutlich durchbrochen. Wir haben auch den großen Trend nach wie vor, dass Leute sich ständig selber gerne vermessen, ihre sportlichen Leistungen, ihren Schlaf beobachten, ihre Gesundheit. Also da weiß man wahrscheinlich noch nicht, wo das hingeht und wie weit es dann noch stärker eigentlich in die körperliche Ebene auch geht. Eine Sache, die mir hier auffällt, also Web 2.0 ist jetzt der Stand im Jahr 2010. Wir sind auf dem Weg zum digitalen Rizom. Ich glaube, das muss man mal erklären. Oder wer von Ihnen kennt diesen Begriff schon? Wer kennt ihn? Schon mal gehört? Rot. Okay, nein. Okay, da müssen wir glaube ich erklären. Ich habe mal nachgeguckt, Begriff aus der Botanik. Da bin ich jetzt aber sehr dankbar, muss ich sagen, dass du nachgeguckt hast. Ich habe nachgeguckt. Ich dachte so, was ist das? Ich weiß es nicht. Also nachgeguckt, Begriff aus der Botanik. Sprossachsensystem, Ingwer zum Beispiel ist sowas. Und das bedeutet, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, wo es herkommt. Also Wurzel und Trieb weiß man gar nicht mehr, was was ist sozusagen. Also die Idee ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein ständiger Austausch mit der Umgebung. Ja, also eben nicht mehr Spinnennetz, wo die einzelnen Punkte sind, sondern eigentlich ist alles ineinander verwoben. Ja, und das stützt natürlich, dass man diesen ganzen, diesen ganzen virtuellen Raum und wie die das hier halt machen als Wolken tatsächlich, dass das immer, immer mehr uns umfängt und wir damit leben und umgehen. Und ich glaube auch, der Stress, den wir jetzt haben, kommt natürlich auch daher, dass wir mit vielen Gerätschaften arbeiten. Also ich will gar nicht fragen, wer hier mit zwei oder mehr Handys operiert, also sowohl iPhone als auch mit Android, womöglich sogar noch ein Blackberry benutzt. Also klar ist, wer hat ja ganz viele Dinge, man hat noch ein Tablet dazu oder begegnet es überall. Da hat die Cloud das ja schon leichter gemacht. Die hat das im Grunde erst möglich gemacht, dass wir das so tun können. Aber ich glaube, das Bedürfnis, dass sich da auch was wieder vereinfachen muss, sei es in Gerätschaften, sei es aber auch in Services, also dass die Aggregation von Dienstleistungen kommen muss. Also dass wir wahrscheinlich auch wieder Themen wiederbeleben werden, wie digitale Assistenten oder solche Geschichten, die es lange gibt, aber die man jetzt vielleicht auch wirklich braucht. Genau, ich glaube, dass dieser virtuelle Filteragent, das war zum Beispiel auch noch eine ganz neue Sache für mich, dass man eben dann schon Dinge empfohlen bekommt, sozusagen diese Masse, mit der wir jetzt überfordert sind, wenn wir gerade diese Social-Media-Wolke gesehen haben, dann vorsortiert bekommen nach den eigenen Präferenzen. Also jedenfalls arbeiten da viele dran, das ist klar. Und es ist uns ja auch klar, dass alle Geräte, die neu kommen, und das war ja, habe ich beim iPhone jetzt, beim Smartphone zuletzt gesehen, also mit der ganzen App-Welt, die dann entstanden ist. Das heißt, mit jedem neuen Gerät kommt auch ein ganzer Schwall neuer Anwendungen, neuer Softwaregeschichten. Da können wir jetzt bei der Apple Watch oder bei Google Glass natürlich genauso damit rechnen, dass unendlich viele Anwendungen entstehen. Und irgendwann ist klar, wir wollen mit denen ja umgehen. Wir wollen auch nicht die, praktisch, was glaube ich auch viele Menschen noch haben, wenn sie mit dem Netz Berührung haben, praktisch so stark negative Erfahrungen machen. Also ich weiß, dass viele Anwender zum Beispiel haben, die nicht viel digital unterwegs sind, aber zum Beispiel trotzdem ihre Reisen buchen übers Netz. Wo wir einfach wissen, okay, die gehen eigentlich ganz frohgemut in diese Sitzung rein, fangen an, da zu suchen und zu machen und gehen in der Regel recht schlecht gelaunt raus aus dieser Sitzung, weil es dann doch anstrengend war oder nicht so einfach lief. Und da kommt dieses Disgruntled auch her. Also das muss im Grunde, muss die Entwicklung, das müssen wir beseitigen. Und da arbeiten alle dran und das geht so weiter, denke ich. Sollen wir tief durchatmen, wenn wir uns im Jahr 2030 kommen? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Sehr mutig, ja. Also das ist halt wirklich so, wo ich dachte, okay, jetzt glaube ich, verstehe ich nicht mehr genau, wie ich mir vorstellen soll, wie wir im Jahr 2030 kommunizieren, leben. Ja, das ist auch, glaube ich, halte ich auch für sehr mutig, das zu tun. Also allein auch von den Sachen, die ich erlebt habe in den letzten Jahren, ist nichts, kaum was so eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das kann man, also gestützt wahrscheinlich nicht tun. Oder man müsste tatsächlich die beiden Jungs auch mal dazu wirklich befragen, die das in Projekten tatsächlich aufziehen und immer wieder auch im Austausch mit Wissenschaftlern und Anwendern praktisch auf so eine Wahrscheinlichkeit bringen. Aber... Okay, dann müssen wir uns an Christoph Reinhardt, heißt er, glaube ich, ne? Genau. Projektwerft Hamburg wenden, auch diese Folien kann man auch online abrufen. Also wenn Sie merken, da steckt noch Stoff drin, was Sie interessiert, ist alles verfügbar. Würde ich sagen, genau. Ja. Was machen wir denn jetzt alles daraus? Was heißt denn das jetzt für unsere Arbeit, wenn wir jetzt mal im Raum umgucken, wenn man sieht, okay, das ist bald da, ja, virtueller Filteragent, Internet of Things, was heißt das für die Medienpädagogen, Jugendschützer? Tja, also grundsätzlich entspannt bleiben, glaube ich. Also ich persönlich bin mit dem Thema, also das Wort Medienkompetenz sollte ja nicht fallen, aber ich habe das irgendwie in den 90er Jahren, habe ich bei der Woche schon im Medienressort Geschichten dazu gemacht, dass das in die Schule muss und so weiter. Das ist jetzt alles irgendwo auch im Gange. Aber es fehlen tatsächlich immer noch die wirklich spannenden Formate, also wo ich wirklich das Gefühl hätte, okay, da geht was zusammen. Es ist nicht nur der Blick der Pädagogen und der Eltern über die Schulter der Kinder, so in den Bildschirm rein, was machst du da? Okay, ich gucke mit zu, ich mache mit, ich versuche das zu verstehen. Sondern was gestern, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, auf der Republika hat es eh ein paar Häusler, die Spreeblick, das Blog Spreeblick machen und auch bei der Republika mit dabei sind, haben verkündet, dass sie nächstes Jahr eine Konferenz machen wollen, also eine richtige Konferenz mit Jugendlichen und jungen Leuten und allen anderen Erwachsenen, die natürlich daran interessiert sind, um an solchen im Grunde neuen Formaten zu arbeiten und aus Ihrer Sicht jetzt pauschal auf, es zu versuchen, auch auf Augenhöhe, ja, was auch immer, gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam über den medialen Wandel auch zu reden, sich Sachen auszudenken und so diese Rolle so ein bisschen aufzulösen, dass wir natürlich, und da schließe ich mich ja nicht aus, also ich habe das ja bei auch Kinder um mich herum, also man merkt, dass dieser virtuelle Raum, der da entstanden ist, natürlich enorm kompliziert ist und natürlich auch erst mal Panik machen kann, wenn neue Sachen passieren können, die auch fahrlässig sein können, aber sich also da immer wieder zu ermahnen und zu sagen, okay, ich habe grundsätzlich Vertrauen, ich habe die Kinder, die Kinder sind erzogen worden, die sind eingebettet, das wird schon gut gehen, glaube ich, kann man mit solchen Formaten, wo man wirklich sagt, man macht mal Konferenzen, Festivals, wo man an diese Schnittstelle rangeht, was interessiert die an YouTube, was machen die, wenn die chatten, wie ist es jetzt mit diesen neuen Formaten, die nicht so, wo auch gebroadcastet wird, aber die Sachen hinterher verschwinden und nicht dauerhaft im Netz überall herum kursieren. Also ich glaube, da muss man viel stärker in den Dialog gehen, ja. Okay, Dialog gehen, entspannt bleiben und Sie haben vorher noch so erwähnt, wie entscheide ich, ob so ein Dienst irgendwie wichtig ist, ob ich mich damit beschäftigen muss. Da war, glaube ich, Ihr Scheidungskriterium auch ein bisschen der unternehmerische Blick, den wir uns vielleicht abgucken können, ob man da jetzt drauf guckt oder ob man sagt, ist übermorgen wieder vorbei. Ja, den habe ich tatsächlich. Der ist ja nicht immer der Schönste, muss man sagen. Also man hat ja manchmal auch Anwendungen, wo man sagt, ja, braucht es die Welt? Dann guckt man sich die Umgebung an. Wer hat investiert? Wer setzt drauf? Wer steht vor der Tür, das zu kaufen? Wem passt das irgendwo rein? Das ist jetzt in unserer Welt, natürlich können wir das ein bisschen einschätzen. Und wo dann klar ist, okay, es wird stattfinden, ob wir es wollen oder nicht, weil es einfach für den Märkte anscheinend Sinn macht und es Käufer dafür gibt oder Abonnenten. Also da würde ich auch fast sagen, das geht natürlich auch ein bisschen über unsere Köpfe hinweg. Das ist ein rein wirtschaftliches Movens. Und ich würde also für Anwendungen selber jetzt, also die ich für mich persönlich nutzen würde, immer im Grunde aus dem persönlichen Umfeld gehen. Also im Grunde wirklich die Zwiebelschalen, wer um mich rum was macht, was Neues empfiehlt, dass ich mir das angucken soll. Das ist, glaube ich, nicht anders wie bei anderen Medien auch, wo also die persönliche Empfehlung einfach die stärkste ist. Dann habe ich auch noch eine persönliche Empfehlung für Sie. Es gibt eine wunderbare Publikation der Netzpiloten. Die liegt auch draußen. Die heißt Wir ohne Grenzen. Sehr auffällig, weil da ein Selfie vorne drauf ist. Das unterscheidet sich rein visuell von einem bestimmten anderen. Ich finde es ein super Wörterbuch unserer digitalen Welten 2015, obwohl es sogar schon von zwei Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr alt ist. Das einfach nochmal ganz viel und ganz schön geschrieben in kleinen Sachen uns klar macht, um was es geht. Vielen Dank, Wolfgang Macht. Sehr gerne.